Was ist das hier? Robinson Crusoe jungen, nackig von der Insel abgehauen und versucht sich mit ner Knarre. Ah, geil. Ich hab keine Runden heute gehabt irgendwie, muss man sagen, also. Mit viel zeilreichen Vorfällen. Ja. Was da alles passiert ist, vor allem der Erste. Sensationell, jungen. Mehr geht nicht. Ne. Ich hab schnell in die Luft gejagt. Das Auto schnell weg. Das war alles eins. Aber es geil wäre, wenn man mal wieder einen Kronensieg holen würde. Ja, jetzt. Mach mal jetzt. Mach mal jetzt. So der Plan. Ich bin eine Perne hier oben bei mir, aber hier sind zwei. Naja, das war ja ein Bock. Wir haben auch nichts noch. Ich hab nur so einen Dreck packen können. Da schmeißt du Pämpel? Ich. Ah, okay. War doch einer. Wo ist denn der? Tot. Ist der tot? Okay. Der ist in die ewigen Jagdgründe einmarschiert. Oh, hier ist bei mir zwei Ener hier oben. Mach ihn tot. Mach ihn tot. Ja, der ist unten. Der ist unten drin. Was auch hier schießt mich was. Ich muss mal ja runter können. War der Kumpel. Alle beide tot, okay. So, auch noch ein dummer Bad hier. War ein Spitzplatz hier. Da kann man nicht einfach hier reingehen und verzei ich meine Bananen her. Ich hab noch verdient. Unsere Aufgabe war auch schon erfüllt. Wunderbar, was willst du mehr? Ja, ein Spieler. Kimmt. Wollen wir mal Dings rüberfliegen? Großplatz hier. Ja. Brauch Munition. Brauch noch ein Sturmgewehr. Aber das habe ich. Aber das soll die ja hier. Eine DMR könnte ich noch gebrauchen. Ja, die habe ich ausnahmsweise schon noch. Oh, hier sind welche. Hier ist auch ein Sturmgewehr. Was ist das für ein Kordel? Was ist das für ein Kordel? Was machen denn sie? Das ist nur einer, he? Also ich sehe nur ein paar Fußstabs. Ja, aber warum da hat ich das da oben drauf rum? Keine Ahnung. Das ist ja nicht ganz dicht. Nur ein Bot, der irgendwo hängen geblieben ist. Da oben kommt man gleich. Nee, komm auch nicht hoch. Ich kipp dem. Ah, hier so. Oh. Ach, eins höher. Komm, war nicht schön, ne? Oh, meine DMR. Geil. Was war denn? Hat der auch das kaputt? Ja, ja. Ja, die Ketten. Boah, alter Geil. So, machen wir das nämlich mal. Du hast mir ja rasch gerettet, Junge. Das macht ja nichts. Wir nehmen erst mal etwas weg, sozusagen. Ja, es macht. Also, das ist die Frage ruhig. Erst mal finden. Mhm. Also, Sturmgewehr brauchst du mir nicht alles an, als Schrott. Okay, dann nehme ich die Schrotzländer. Was knallt hier? Das ist für eine Schritte, da vorne. Guck mal. Ja. Oh, mein Stein. Der hat auch das Haar zu gewährleisten. Oh, das ist ein Grape, Alter. Oh, hier. Sein Kumpel latscht noch irgendwo rum. Ach, so. Kostet nicht wieder Geld, aber ich investiere gerne in meine Zukunft. Ach so, das können wir auch machen. Dafür haben wir doch nichts Gold, Mensch. Na gut. Na ja, hinten. Hinter dem Ahler. Ach ja, in dem Dinge, ja. Auch der Automat ist noch da. Naja, aber wahrscheinlich immer. Sonst wäre es ja ein bisschen extrem. So. Möse, komm oder so los. Mach mal 18, 16 Mann. Wir sind gut ausgestattet. Aufgestellt. Ja. Richtig gut. Das machen wir alles. Mhm. Können wir auch hierbleiben in der Zone. Ja. Noch ein bisschen. Geil. Wir können ja mal noch ein Auto gucken. Das jetzt schaffen, das wäre es. Boah. Ey, das wäre auch richtig sensationell. Oh, wir haben hier einen Mogen. Mit Krone. Ach, ne Eime, Alter. Komm, wir fahren da hinten auf den Berg. Das ist geil. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. So, wir bleiben. Jo, hier sind wir erst mal geil. Mhm. Ja. Schade, die Wettervorhersage können wir noch gebrauchen haben. Oh ja, das wäre gut. Ne, mal sehen. Vielleicht treibt uns die Zone ja da hin. Oder die ist so cool, dass er uns hier lässt und wir gar keinen brauchen, dass die alle hier zu uns kommen müssen. Wäre noch besser. Das wäre ideal. Mhm. Dann hätten wir 266 Schuss mit der DMR. Wahnsinn. Das reicht mir. Ich habe hier fast 500 Schuss. Oh, ne, da waren wir uns auch nicht mehr. 120 Grot. Ja, die Zone ist doof. Wieso? Sind wir gut? Die ist hier unten. Ich weiß nicht, wo die hingeht. Ob die dann näher? Könnte näher kommen. Ja, was? Wie kommst du jetzt da drauf? Noch sind wir drinnen? Aber wie lange? Je nachdem, wo sie hingeht. Ja, aber... Ja gut, die Kleine, ja eh eine Zone, eh eine Stufe darf man noch. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt das Orakelst. Man kann dann gar keine Aussage treffen jetzt. Weil ich die hier unten sehe. Deswegen dachte ich, wenn die dann weiter zugeht, dass die uns hier oben schon erwischt. Fast. Weil du siehst du den blauen Mann schon hier. Ja, hier unten, dort. Warte mal, markiert mal hier. Der markiert nicht, dort. Hä? Underworld? Nee, hier. Oh, ich kann nicht markieren. Wieso kann ich nicht markieren? Da ist doch nichts. Da ist die Kante von der Zone. Oh, guck mal auf der Map, Alter. Wie weit wir davon weg sind. Der Map sieht es weiter aus, ja. Oh ja. Das stimmt. Und du kannst auch noch gar keine Aussage treffen. Ich werde bloß hier geguckt, weil das sah mir ja echt nah aus. Guck mal, jetzt zieht sie sich zusammen. Naja, jetzt zieht sie sich erstmal zusammen. Und dann haben wir immer noch das Moped, das ist schneller. Ja, das ist gut. Nur wir freuen. Elf Leute noch. 10, 9. Geil. Dann was sollen wir machen? Ja, weiter so, Jungs. Ja, mach das spitzer. Wir kommen dann und holen uns einen Rest von euch. Vielleicht mal die Krone, das war geil. Das war mal richtig geil wieder. Ein paar episch haben wir ja nun schon, aber nur, glaube ich, ich habe nur einen Kronensieg auf meinem Kissen da zum zeigen. Könntest du ja geben Zeichen. Nee. Wollen wir sich ja schämen, aber. Na ja. Wir sind noch in der Zone. Guck es dir an. Deswegen besteht kein Grund, mich jetzt hier zu bewegen. Wir sind richtig gut noch in der Zone drin. Weggefahren sind wir schnell. Wir können da aber mal hier schon auf dem Felsen vorgucken, oder? Wollen wir vorfahren? Weiß das nicht. Das Moment mal mitnehmen, nicht, dass es hier in der Zone dann zu weit drin steht. Oh. Ja, das kann man jetzt die Straße schon mal sehen. Mh. Mh. Du musst bloß aufpassen, dass uns hier keiner jetzt überrascht. Ja. Wir können immer noch von hier oben von dem Berg kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Ach so, ja, das stimmt. Dann wollen wir uns wieder hoch in unsere Ecke setzen. Ja, wenn ich wüsste, was richtig ist. Die Idee ist jetzt hier vielleicht, waren wir Leute schon mit zu eliminieren. Was tot ist, frisst kein Brot mehr. Aber die andere Sache ist, wenn die uns von hier oben, vom Berg beschießen, dann haben wir auch die Arschkarte. Warum? Nee, lass uns dann nochmal in die Ecke fahren. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, den Sieg holen. Aber bitte Zone, bleib bei uns. Lass uns hier diese Position halten. Die wär geil. Wenn sie dann unten hochkommen, und wir von Oplka Salah. Das wär geil, ja. Oh, die Zone sieht nicht... Also von dir sieht's blöd aus. Ja, lass dich doch nicht ins Boxhorn. Aber das ist auf der Map viel weiter. So, jetzt gleich. Und? Oh, ein Stück vor, muss noch. Ein Stück vor. Das steckst du noch. Komm, drauf. Jetzt können wir hier an unsere Position fahren. Ja, müssen wir. Die sind auf alle Fälle in die Richtung, da hinten. Die gelben. Ich würde mal wegmachen. Ich muss aber jetzt mal hier ein paar Leute sehen, Alter. Ich bin langsam, ja. So groß ist die Map hier auch nicht mehr. Doch, hier hinten am Stein. Ach, dort, ja. Schreibt ihn schön in die Zone, den Hund. Oh, der hat irgendwo hingeguckt. Ich muss auch darauf achten, dass uns keiner an den Rücken fällt. Bin's so wie ein Bären. Oh, hier unten kommen zwei bei mir hier unten. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Mich hat einer erschossen. Wie geht denn das? Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Danke, Plei. Schnell gucken. Nicht, dass der hochkommt. Ich weiß nicht, dass der hier zu groß ist. Hier unten ist er. Sag mir ja. Er kommt von hier unten. Oh. Hinter uns sind auch welche. Hier kommen welche. Wieso sehe ich den hier nicht? Alter. Nein. Alter, ich krieg schon wieder eins in die Fresse. Ja, der eine ist da unten, der andere ist da hinten drauf. Irgendwo oben. Ich hab kein Schild mehr, oder? Da hinten auf dem Berg. Wo das Seil ist, dort. Da läuft er. Da oben steckt sich wieder da hinten. Scheiße. So fickrig. Lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Wir müssen da noch das Moped rein. Komm, 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 schnell. Moped, Moped. Kommen wir hier noch? Haben wir hier noch einen Berg? Wollen wir das mal gucken? Ich gehe auf den Weg. Oh nein, einen Millimeter. Komm, hier unten. Die können wir abknallen. Müsst mal. Hast du? Nee. Hier kommt einer. Ja, da liegt. Dann hast du? Ja. Okay. Und den einen hab ich ihn gegeben. Aber... Kein Schild, kein Schild. Oh, wir müssen weiter. Die Zone, fly. Komm. Okay. Fahr. Ich bin geflügel. Da ist ja hinten stehen. Ich bin noch im Stein hier unten. Ja, ich steh, ich steh, ich steh. Immer getroffen hab ich schon. Ich hab drei Mann, Mann. Und die Zone, wo ist unsere Mutter? Oh, wo ist unsere Mutter dabei? Wir müssen, wir müssen rennen. Warte, Schilddrank eigentlich. Ich weiß es gar nicht. Renne. Wir haben Flügel. Nee, komm, wir rennen. Wir schaffen das. Wir sind da hoch. Scheiße. Ich hab Flügel. Aber ich nicht. Du musst es schaffen, alleine. Nee, komm, du schaffst das schon. Hier oben ist er bei. Nein. Nein, ich komm hier nicht hoch. Der hat High ground, der Idiot. Ich bin noch in der Zone. Jawohl. Den haben wir. Ich hab ihn. Geil. Geil. Blei. Jawohl. Geil haben wir es gemacht. Sind das aber heute geile Runden und spannend. Wie war ein Kronensieg, Alter. Geil. Eigentlich haben wir ihn. Oh. Ich bin gerade wieder aus der Zone raus. Der schwebt sich da auf jeden Fall über mir. Schöne Sache. Schöne Sache. Einfach reinhalten. Einer geht immer. Das ist gut. Perfekt. Weiter so. Da kommt erst noch ein Vierter drin. Drei epische heute. Willst du mich verarschen? Was ist jetzt los hier? Läuft bei uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.